Die Fee, sie sagt nein, das kann sie nicht erlauben. Digga, ich steppe in der Cypher mit Rucksack, drinnen ist Bier in den Club mitgebracht, bevor der Bouncer mich sieht, Hausverbot gibt, wirst du locker besiegt und schausgeknet. Ich bin eigentlich nur Rucksackrapper, wenn ich Pfandsammeln war, doch lieber Backpacker als Wacker, Commerzsexist und Gangsterstar. Der Chaya ist nur führend von Pornosex, kennt dich, lach' in einer Tour über das, was du Promobox nennst. Ich hab' den Runkerplus auf, wenn du meine Müll-Psyche damit meinst. Doch nimm den Titel gerne in Kauf, denn es heißt, dass du fühlst wie glücklich rein. Und deine Habib, die glitzern, Tränen und der Mascara, so ergriffen war sie noch nie vom Inhalt irgendeines Rappers. Eine Traumwelt eröffnet sich hier glatt, das Tor zum Antikommerz-Effenland. Endlich hat irgendwas von diesem Rap-Schrotz in Herz und Hand. Ich weiß, dass meine Erscheinung schon fegengleich ist. Und ich weiß, dass meine Meinung so ideenreich ist. Und es knallt noch der Buster, guckt sie auf mich schon übelst lange. Ja, ich bin es der coole Legolas, nur mitten in der Lübser-Fahne. Backpack-Rabber auf Elfenland-Beats Ist mittlerweile Sonn am Morgen, Touris übernehmen die Stadt im Norden in Horden. Noch vorm Schlafen Pommes aufm Doberannerplatz, der Chai ankommt, kein Interesse schad. Grad bei die letzte Fritte zu verdrücken, Senf kleckert mir aufm Platz. Da kommt ein Typ im Berg aufm Rücken zu mir und fragt mich, was er hat. Urlaub sei jetzt gekommen, um an der Ostsee hier zu saufen. Und fragt mich, Wo kann ich denn in der Nähe Kraftbier kaufen? Ich schließe schwer atmend, heftig keuchen. Meine Augen und fragt mich, Kann ich mir selbst den Elfenkämpfer erlauben? Der tief drin besoffen, leider wieder irgendwo in meinem Ranzen steckt. Und der tief betroffen mit diesem 03-Ertrinker aneckt. Ich zeichne den Weg zum nächsten Alki-Kiosk, diesem Survival-Packheld. Er lächelt noch und vertellt, er hat sich die Stadt saubere vorgestellt. Bei ihm im Kiez zuhause sind endlich die Schmierereien entfernt worden. Eine Ader platzt in meinem Auge beim Versuchen, meinen Konton auszuwahren. Schließlich trockel ich nach Hause, sogar ohne Stellen für den Lorenz und ohne Drama. Ich bin halt ein Elf mit übermenschlicher Selbstkontrolle fürs Karma. Backpack-Rapper auf Elfenland-Beats Kein Backpack-Travel im Kiez. Backpack-Rapper auf Elfenland-Beats Und kein Backpack-Travel im Kiez. Das Kindlein, es kam heim. Von Elfen und von Feen wird es wohl immer träum.